So. Endlich ist die dritte Folge draußen und natürlich werde sie auch direkt Let's Playen. Duh. Ist ja klar. Also, Palais. Ja. Laden. Ähm, ja. Achso, ich hab schon. Ich hab schon malen, was eine gute Idee. Du bist gut für mich und meine Familie. Du hast einen Duck von diesen... Monstern. Und du bist auf Larry in der Drogenstunde. Ich werde das nicht vergessen. Keine Ahnung, dass du dich von dir ausstattest. Das sind die Leute, die in meinem Leben verraten. Calm down, dein Paranoid ist... Fuck you! Du sagst jemandem da, wer du bist? Oder dass du dich in diesem Ort bist? Das ist richtig. Ich weiß, wer du bist. Und ich weiß, dass du ein Börder bist. Er ist nicht tot! Somebody, hilf mir! Komm schon, wir wissen, dass dieser Mann es nicht machen wird. Nein! Das klingt wie ein Auto. Es ist ein Schuss von Essen und Herzen hier. Wir müssen das nehmen, Clementine. Wir brauchen es, um es zu überleben. Schau dich, kleine Mädchen. Die Bandit haben ihre Augen auf dem Däri. Als lange sie von ihnen Essen bekommen, sind sie sicher. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Leute wahrscheinlich ihre Tochter aufgefressen haben. Das Game Series adapts to the choice you make. The story is... Irgendwas, irgendwas, irgendwas. Was? Ich kann nicht schnell lesen. Was wollt ihr von mir? Ihr wisst, dass ich Legastheniker bin. So, die einzige Frage ist jetzt, ob der Sound lauter ist als ich. Ich meine, ich werde ja eh versuchen, die Klappe zu halten, während die reden, aber wir wissen ja, wie gut das klappt. Na, Quatsch. Aber trotzdem, ne? Ja, das wissen wir mittlerweile. Ah, okay. Ja, eigentlich. Ich hatte schon ganz vergessen, dass ich die Option auswählen muss. Also, wie ihr wahrscheinlich lesen könnt, dass es vollkommen blind ist. Ich habe es mir heute geholt. Wie spät haben wir? Okay, sorry, wenn ich jetzt reden muss. Also, ihr könnt es ja unten noch schnell lesen. Wir haben jetzt Viertel nach drei Uhr morgens, zweiter, neunter. Äh, wir sollten gehen, okay? Wir sollten gehen. Motels laufen ihren Kurs. Es ist nicht sicher. Ja, war einfach richtig. Ich habe gerade nicht aufgehört. Scheiße, ach, sorry. Ich habe gerade nicht aufgehört. Scheiße, ach, sorry. Und wenn Lilly ist dead, ist hier und bleibt, dann, well, das ist der Weg, es geht. Also, das war für ihn gut. Ähm, was soll ich sagen? So, wir haben jetzt quasi Sonntag, drei Uhr morgens Sonntag, Viertel nach drei, ja. Und das wird wahrscheinlich erst Montag hochgeladen. Also ist es ziemlich frisch. Und ich zock's jetzt wirklich zum ersten Mal. Sie hat nicht viel in da. Hey, wir sind aus Optionen. Something ist besser als nichts. Okay, die Leiter sieht nicht gut aus, weil die kaputt ist. Ich werde die Brüche gleich ab, wenn wir hochklettern wollen. Na, ja, klar. Ich bin nicht sicher, wie viele mehr Treppen sie hat in ihr. Ich bin nicht sicher, wie viele mehr Treppen wir in uns haben. Also, ich soll die Leiter hochklettern, okay? Zu spät. Ach, nein. Okay, was ist da? Okay, was ist das? Aha. Oh. Gib mir Hand. So, mal hat er sein T-Shirt immer noch nicht gewechselt? Ach wohl. Ja, womit denn auch? Okay, dahin kann ich schon mal nicht gehen. Wie gesagt, ich hoffe mal, der Sound ist noch okay. Ich werde versuchen, die Aufnahme eben... Okay. Was ist das da? Es ist, wie es funktioniert. Okay. Was soll ich damit? Okay, was soll ich damit machen? Okay. Was soll ich damit machen? Und das soll was bringen? Ich will ehrlich sein, ich weiß gar nicht, was ich jetzt gerade gemacht habe. Ah, ich glaube, ich verstehe. Ach, jetzt verstehe ich. Oh, cool. Habe ich quasi instinktiv was richtig gemacht? Ja, ja, was ist da? Okay, Hand. Ah, also habe ich instinktiv was richtig gemacht, aus Versehen. Äh, ja. Stimmt ja auch. Ach, ich sehe es jetzt, er hat ja flache, flache Räder. Ja, flache Räder. Sagen wir mal, flache Räder. Ja, jetzt muss ich auch noch seinen Hand anklicken. Lee, ich bin gut, ich habe das. Gib mir deine Hand. Oh, schau mal. Oh, schau mal. Oh, schau mal. Wieso müssen die eigentlich immer hinfallen? Ja, schreien sie alle zusammen. Ja, jetzt ist es egal. Er hat schon recht. Geh weg! Geh weg! Ich muss leider sagen, er hat recht. Also ich habe jetzt keinen Bock gegen diese ganzen Viecher zu kämpfen. Let's go. Schau ihn sich an. Okay, das ist echt assi, aber... Wir brauchen echt keine Aufmerksamkeit. Oh Gott, ich schreit hier immer noch. Fuck, Alter. Ah, ich muss alles einzeln aufheben. Okay. Ach so. Sie ist weg. Es ist jetzt nicht viel Zeit. Ähm, okay, Moment, wie sind die da hochgekommen? Ich weiß gar nicht, was ich eigentlich nehme. Ach so, das ist die ganze Zeit, die ich habe, äh, Zwecks zu sammeln. Okay. Hm. Schokoriegel. Nimm's, 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 alles nimm, alles nimm. Mamm, 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 mamm. Mamm, wamm, wamm. Okay. Ähm. Ach, cool. Ja, ich drück's doch schon. Ja, ein bisschen Hilfe. Geh. So, huh. Ha, 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 ha. Motherfucker. Ach so, das, äh. Muss ich jetzt rennen, ja. Äh, war ja irgendwie klar, dass der Pilot jetzt kommt. Der hat doch einen Helm an. Ach, hui. Okay, das hilft zwar nicht wirklich, aber auf jeden Fall bleibt er stecken. Ähm. Geh. Ist doch scheißegal, ob der jetzt stirbt oder nicht. Geh. Spastisch. Geh. Güte. Jetzt freu mich, ob die Zombie schlau genug ist, um durch das Loch zu kommen. Gute Frage. Ja, das sind Pfeile von den Banditen. Oh, sorry. Oh. Oh. Okay, sweet pea. Das ist nett. Ich finde dich in einem Moment. Looks like we got the kid on watch again. What'd you get? We might as well leave a sign out that says the men are going, come and rape our women and children. So, what did you get? A lot of stuff. Yeah. Aero shaft sticking out of it to dry laundry. We have to go eventually, Lily. We don't have to do anything. You didn't want to go because of your dad's health. But he's gone now. Easy, kiddie. We're at it again, are we? Can it, Carly. Don't boss people around. I'm sorry. Somebody needs to make executive decisions for the group, though. And I don't think you're capable anymore. We're strongest together. It can't be you versus us, Lily. We're sorry for what happened to your dad, but we're in this together now. What about the food situation? What about protection? What about when this place falls? Somebody's got to be thinking about this shit. How is this not been working? We have everything we need as a me, Lily. That's BSK. And you... We got plenty of food from that station wagon. We can't just keep our fingers crossed for more station wagons. Okay. Everything that happens to us is another excuse for you to pull this crap about leaving. All I want is a week of peace. Of not hearing it. Do you know how we got these supplies? We got lucky and let a girl get eaten out there. What? Some girl came screaming out of an alley. She had dead hanging all over her. She gave us enough time to get everything we could out of the drugstore. You just let her suffer like what? Like bait? Oh my God, what is happening? She was dead anyway. It made the most sense in the moment. Lee's right. We've been putting our lives on the line doing these runs into the city. You wouldn't believe the shit we see. We all appreciate it, Ken. You should be thanking Lee for not shooting that girl. It's not so easy for him. Look, Macon and his people aren't saveable. It's not a town. It's full of walkers. And the people who were left are dying and wandering out onto the streets. It's, it's hell on earth. And it's coming. This way. Yeah, for me. It's not going to be easier out on the road. How would you know? What I know? I know you're not above murder. I know somebody has been stealing our supplies. That's right. Stealing. And I know the list of people I can trust you and get smaller every day. Now everybody get out. What the hell is the problem? What the hell is the problem? What would I say? She's riling everybody up otherwise. But you understand, Ken. She's right about one thing. None of this is getting any easier. Oh, things are coming to a head. You could say that. Well, I think you did good today. And I find myself thinking that most days. Yeah. Thanks. It's probably worth following up with Lily about what she was saying about missing supplies. With her wound up the way she is, I don't want to see her paranoid. No question. And I'd like to talk when you've got a minute. Hey, someone's getting late tonight. Probably not. Okay. Okay. Well. Well, I can get off the floor there. Okay. Yes, yes, yes. I can just bus ve. Can I get off the floor there... Yes, 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 yes. I can go. I can go. I can go. Yes, yes. I don't even have a moment. Yes, yes, it is. Yes, 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 yes. Sound-Einstellungen gut sind, ich meine, ihr kennt das ja, ich bin ja eh sofort wieder da, also nicht weglaufen.